Hallo, ich bin hier beim Bowling. Sonntag. Hier ist der Mr. Schlitzauge dran, ne? Und los geht's im Hintergrund. Gibt ich nicht? Ein Ehrengast. Ist das der Puch? Ja. Eieiei, so. Also heute läuft's gar nicht bis jetzt. Aber wir lassen heute die Bahn sprechen. Oder beziehungsweise den Kommentator. Ich glaube, ich hab keine Lust zu kommentieren. Von Spear. Ja, jetzt. Easy Spear. Willkommen in dem Bowling-Universum. Heute der 11.11. Gleiches Karnevalbeginn. Man weiß nicht ganz genau. Und hier Big Four. Jawohl, der partierte Big Four. Doch. Ist genau für 11? Es ist 11.12. Ich hab's gerade erwähnt. Krapfen. Schöne Faschinsbeginne. Schöne Faschinsbeginne. Schöne Faschinsbeginne. Schöne Faschinsbeginne. Na, das berührt ja nicht mal deinen Ball. Nein, überhaupt nicht. Ich hab's schon gesehen. Man hat's gesehen. Man hat's gesehen. Man hat's gesehen. Man hat's gesehen. Also, beim Merken... Das beeinflusst er meine Spielweise nicht. Nein, deine nicht. Es liegt ja drauf. Bei dir wird's ja so sein. Aber was hast du gesehen? Das ist ja normal. Natürlich. Nein, 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 nein. Ich schmeiß ihn ja nicht drauf mit Linge da hin. So ein Schwamm. Wenn er bei mir kräftig ist, braucht man das bei dir dann nicht. Willst du nicht sagen, oder? Soll ich so. Jetzt rastet er komplett aus. Er beschwert sich. Genau, genau. Also, meine Bälle liegen auf meinen Bällen drauf und hat dann... Naja. Kein Kommentar. Meine Damen und Herren. Es ist wohl Universum. Genau. Ja, da kommt er. Da steht er. Da steht er. Da steht er. Der liegt immer da. Der lag immer schon da. Ja, ja. Schön dabei. Ups. Entstehen. Schatz. Der Coach Ricks gibt dir Anweisungen. Leider nein. Hallo. Hallo. Es ist fähig, man. Ein Ball ist besser geworden als der andere. Ich glaube, es ist schwerer als ich. Mir bitte auch. Schöne anbieten. Schön. 4 Frames. Alle gestrikt, alle gestrikt. Schön, ja. Jetzt nach oben. Ich habe nicht auf Pause, sondern auf Stop. Das ist der gleiche 4. Frames. Come on. Jawoll. Ach so. Es kann noch nicht sein, liebes Poly-Universum. Einen Gatterball im ersten, im vierten Frame. Aber Gott sei Dank, konnte ich noch ausgleichen. Mit einem schönen Square. Und der Teufel mit dem nächsten Light Shaker. Der dritte Light Shaker in Folge. Also Turkey Time. Er wollte erst nicht gefilmt werden. Jetzt gibt es hier den Turkey. Jetzt kommt er. Lüge, Lüge. Und der erste Strike. Und der erste Strike. Nein, das reicht eigentlich nicht. Auf geht's. Jetzt wieder rechts. Rechts zu nehmen, meinst du? Sie steht rechts. So. Weil der rechts ist und wird dann dadurch natürlich an links. Okay. Expertenmeinung. Ja, genau. So sieht's ja aus, liebes Poly-Universum. Gibt ja richtig knapp zur Sache. 891, 896 und 590. Gibt's den Vorbögel? Ja. Es gibt ihn. Es kann doch nichts sein. Komm. 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 Aus der Nase. Kann Steffi hier den Sperm machen. Die 4-7ern liebeste Vollliegende wäre es oben. Ja. Es schaut gut aus. Hello, hello. Jawoll. Es ist zu einfach. Weißt du, was du gesagt hast? Sechste Szene. Ja. Ich muss erklären. So hitzlich. Was? So hitzlich. So, sechster Frame. Ein Strike nach dem anderen hier. Oh, der Split. So. So. Vorhin glaube ich, nee. So ins Begad nicht gemacht. Und. Diesmal auch nicht. So, liebes Poly-Universum. Macht hier Ricks den Five-Bagger. Das ist hier die große Frage. Liebes Poly-Universum. Five-Bagger-Time. Kann doch nicht sein, hey. Es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein. So, Steffi. Im Sechsten. Eins beim Rücken. Kein Spin. Kein Spin. Kein Spin. Aber er nimmt die 10-Namen und den 9-Namen. Und er fällt noch ein paar aus. Leider nur. Hier ist kein Spin-Rücken. Gibt es hier einen Wash-Out? Ja, das war's. Schon wieder kein Spin. Und er überholt auch noch. Auf der Bahn 12 überholt er die Bahn 11. Er rollt schon werfen. Und dafür wird er bestraft. Gleich nochmal. Du hast überholt. Ich hab dich überholt. Doch. Nein, es war ja noch unten. Du hast diesen Flo überholt. Es war noch unten. Klare Sache. Ich hab's gesehen. Wir alle haben's gesehen. Tja. Es war ja noch unten. Ja, ja. Ein Überholer. Nein, es war unten. Auf der Überholspur. Zweimal den Unglück ins Bild. Da steht er. Da steht er. Zwei Strike-Ball-Eigen für Schlitzauge. Und jetzt hat hier eventuell ein Six-Pack. Und es gibt ihn. Nichts. Der vierte Bild wird stehen. Und der Venom-Shock Pearl. Unglaublich. Ab jetzt. Das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sam, 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 Sam. Und dann gibt's hier. Das ist illegal natürlich. Das kann man nicht zulassen. Und schon wieder rechts in die Gattere. Und jetzt. Die Gattere. Er sieht, es ist eine enge Kiste bis jetzt. Nicht. Klasse. Ein Wahnsinn-Strike von Schlitzauge. Im Achten. Er war richtig schlecht. So. Das macht der Riggs. Gibt den nächsten Strike. Nein. So. Ist das denn? Oh. ф Ich nehme mal hier einen Wurf vom Floh mit. Oh, das ist ein Strike. Neunter Frame. So. Ich lasse einfach mal durchlaufen. Ich muss natürlich gleich noch die Einverständniserklärung holen, dass man das so hochladen darf. Das ist klar. Klasse. So. Rex hat natürlich auch die Möglichkeit, ein 200er zu spielen. Und die 10er zu sehen. Oh, Loha ist der Bärball natürlich. Und er trifft ihn natürlich. So war er nicht. Aber die 200er wird er trotzdem schaffen. Und Steffi in den Skatale. Weiter nein. Nein. So. Wir sind wieder zurück im 10. Frame. Aber ich denke, es ist entschieden. Vielleicht spiele ich auch heute mein erstes 200er Spiel. Ein Grotten-Bowling heute runter. Natürlich. 10. Frame. Einen glücklichen Strike. Damit sind seine Splits ausgeglichen. Oh, den nehme ich auch mal mit. Ein Klasseball. So. 166. Wir sehen es hier noch mal. Und ein Split. Es hätten mehrere Splits eigentlich stehen bleiben müssen bei dieser Leistung von Herrn Mr. Schlitz-Faulke. Doch es sind ein paar Strikes mit dabei rausgekommen. Na gut, sage ich mal. Ich will auf jeden Fall die 200 holen. Da brühe ich am besten räumen, wenn ich jetzt wieder. Haufenweißes Blitz mit dem Namen von Herrn Rennen. Das kostet ihn natürlich den Sieg. Aber Riggs möchte natürlich noch seine 200 schaffen. Das ist ganz klar. Wie schaut's aus? Ja, das ist. Ja, das ist. Und Wilhelm natürlich. Er tut seine Arbeit. 203. Ach, er ist noch gar nicht vorbei. Er darf er noch mal. Er darf er noch einmal. Oh, da ist immer ein Putzerfisch. Und er hat die ganze Zeit noch geschimpft. Keine Aufnahme. Ich möchte nicht gefilmt werden. Und dann seid ihr das beste Spiel des Tages bis jetzt. Also das ist ja keine gute Vorstellung. Von den Kontrahenten. So, Riggs, was macht er? Gibt er den Strike eventuell? Jawoll. Und dann gibt es den Handshake. Das Bild dieser Europameisterschaft. Kann Riggs dem gleich tun. Ich glaube, er schaut gut aus. Nein, Stone8. War zu gutes Spiel. 214 oder mehr. 2 mal 12 natürlich nur. Wups. Yay. Strike. 2, 2, 2. Wirklich gut. Nein. Nein. Aber sie darf ja noch einmal. Uana geht noch. Uana geht noch. Nein. Und das Spiel war vorbei. Es blieb bei 0,3. Aber die 90er zieht. Nein. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018